Willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Den Charakter wollte ich nicht wechseln, aber ich habe jetzt hier noch was gefunden. Und zwar die Gartenkarte in Mos Eisley. Wie ich da rankomme, oder wie wir da rankommen, das werden wir nun herausfinden. Wahrscheinlich klappt das auch schon so, obwohl eher doch nicht. So, hier vorne ist aber noch eine zweite Kiste. Und da vorne sehe ich noch eine dritte. Die werden wir möglicherweise auch noch dahin platzieren. Oder es passt jetzt schon. Nein, eine dritte brauchen wir auch noch. Die sehe ich hier vorne. Licht schreckt weg. Was soll das denn? Ach, da unten wäre auch noch eine gewesen. Wahrscheinlich da irgendwo auf einem Dach auch noch. So, und jetzt möglicherweise haben wir sie hier. Gartenkarte Nummer 2. Nun können wir hier weitere Sachen kaufen. Weitere Multiplikatoren zum Beispiel. Da wir gerade mal fast 3 Millionen Stubs haben, werden wir leider noch nicht Steinchen mal 6 kaufen, aber Steinchen mal 2. Und dabei haben wir auch keinen wirklich großen Verlust gemacht. Und nun haben wir insgesamt schon Steinchen mal 8. Nichts. Ihr wagt euch mit der Frede anzulegen. Ja, nicht wirklich. Zurück mit dir. Willst du nochmal? So. Kann er das öffnen? Nein, kann er nicht. Ja, warum nicht? Er gehört doch auch so zum Böse. Ja, dann. Ja. Sind hier nur Waffen drin? Warum öffne ich das? Brauche ich nicht. Nein, gebrauche ich alles nicht. Oh. Ein Landspeeder. Auch das Jungen sind wir ja drin. Damit wir den mitnehmen können. Und da unter ist irgendwas versteckt. Ach, das Fahrzeug wahrscheinlich. Speeder-Befreiung. Taijäger? Warum? Oh, ich Idiot. Das ist ja gar nicht mein Speeder. Eben ist mir eingefallen, dass ich heute zu Fuß unterwegs war. Hoppla. Dann ist das jetzt wohl ihrer. Ja. Man hätte wahrscheinlich vorher mit ihm reden sollen. Weil er den Speeder sucht. Ja, gut. Haben wir jetzt da anders gelöst. Sollte aber ja auch kein Problem darstellen. So, dann. Muss man hier auch noch irgendeine Mission machen, bevor man da reinkommt. Aber hier vorne sehe ich doch was. Seid ihr hier, um auszusagen? Dann sagt schon. Wer hat zuerst geschossen? Hahn! Rido! Beruhigt euch. Wie ich bereits sagte. Da ihr beide nicht objektiv bleiben könnt, werde ich diese Untersuchung durchführen. Auch wenn ich dazu mit all diesen... Risikos. Obwohl. Hier da. Macht euch nützlich. Und befragt ihr Zeugen zu dem Vorfall, der sich hier ereignet hat. Ich werde dafür sorgen, dass ihr angemessen entschädigt werdet. Ja, dann. Gut. Der Vorfall, auf den ich mich beziehe, ist eine Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Kriminellen. Rido und Han Solo. Blaster kamen zum Einsatz und nur einer kam mit dem Leben davon. Wir haben eine Reihe von Augenzeug identifiziert, die sich noch in Monsaisley aufhalten. Befragt ihr alle, um festzustellen, wer zuerst geschossen hat. Rido oder Solo? Mach ich. Warte, wir gucken hier links nochmal kurz. Die bringen doch nichts. Wir wissen bereits, dass Hahn zuerst geschossen hat. Warum also das alles? Nimm sein Gesicht. Schreit doch geradezu. Erster. Sein hübsches Schlitzohrengesicht. Rido hat garantiert zuerst geschossen. Wie der aussieht, kann er unmöglich unschuldig sein. Stimmt doch, oder? Was brauchen wir da noch? Beweise. Hm. Okay, hier vorne. X plus Y hab ich. Ah, er kann das. Direktor Krennic. Die Leute haben einen aus dem Müll gerettet. Das ist aber das Werf nur da was weg. Wenn die das unbedingt wegwerfen wollen hier alles, dann nehme ich das auch. Achso, wir sind schon da. Nee, zuerst befragen wir den... Den hier. Ja, ich habe gesehen, wer zuerst geschossen hat. Aber wie ich diesen imperialen Clowns bereits gesagt habe, gibt's diese Info nicht umsonst. Wer sie... Wer sie... ...haben will, muss zahlen. Hm, kann ich hier nicht einfach bedrohen? Er meint das wirklich ernst. Rido hat zuerst geschossen. Jeder Idiot konnte das sehen. Es ist gut, dass Solo halt so biegsam ist. Sonst hätte er ernsthaft verletzt werden können. Warum steht ihr hier zweimal? Einer reicht. Natürlich habe ich gesehen, was passiert ist. Ich bin nur genervt, dass ich danach aufräumen musste. Es war eine knappe Sache, aber ich hatte freie Sicht. Rido schoss definitiv zuerst. Alle sagen Rido schoss zuerst. Hier ist niemand mehr. Dann wieder raus. Und hier vorne rein. Was willst du? Ich habe im Moment keine Zeit, Fragen zu beantworten. Ich bereite mich auf ein heißes Date vor. Wenn du also noch nicht so aussiehst, zieh Leine. Also jemanden haben wir nicht dabei. Äh, dann. Aber irgendwo haben wir bestimmt einen. Und der andere bestimmt. Ob der wohl auch geht? Hier sehe ich keinen. Wir können ja mal durch die, durch alle Charaktere durchgehen, wenn es geht. Ja. Ja. Das ist ein Wettbewerb. hab ich nicht das ist blöder vielleicht reicht das auch wenn wir ihn nicht tragen falsch auf dem dach ja hier klar ich habe genau gesehen was passiert ist hann und grido schossen beide mit ihren blastern aber wenn ihr es ganz genau wissen wollte der zuerst geschossen hat war moment trommelwirbel hann tut mir leid das musste sein wie viele haare seh ich die vielleicht alle auf der karte eine wird mir angezeigt und den anderen haben wir unten wird mir doch nur noch eine angezeigt ja dann muss ich das wohl ablehnen für das erste ohne so einen charakter hier kann ich nicht weitermachen hab ich nicht kann man das nicht ablehnen das ist ja toll gut dann müssen wir so einen charakter auch finden hier du ein weiblich bitte irgendwo hier ist ein sturmtruppler der fragen zu gridos und hans meinungsverschiedenheit stellt angeblich gibt es eine belohnung für informationen ausgerechnet das eine mal wo ich wirklich nichts gesehen habe das hilft mir nicht hier steht ja eine so die benutze ich mal hey da bist du ja moment liebling ich mache dir ich mache dir die ich mache die tür auf so dann reden wir mal das tut mir leid hey du bist nicht mein date haben dich die lästigen sturmtruppler hierzu angestiftet gut ich sage euch was geschehen ist Han hat den ersten schuss abgegeben aber es war selbstverteidigung grido wollte ihnen java ausliefern hm zwei noch ich habe den imperialen bereits gesagt dass grido zuerst geschossen hat aber ich glaube sie konnten mich nicht verstehen solle ich für die etwa basic sprechen sonst noch wünsche okay einer noch wo wo ist der letzte ja vielleicht sehe ich so kann ich ja ein bisschen höher gucken nein hier ist nichts ich sehe niemanden mehr der kreis ist auch weg vielleicht war es das ja schon ach das ach das wo denn wo denn habe ich hier drin vielleicht irgendeinen übersehen wo haben wir uns hier sind keiner wahrscheinlich noch das war zu arg was spinnenwebenfähigen na gut hier wird jetzt wieder was angezeigt das war das war Warenlose Frage, es hilft nicht. Jetzt gib mir hier doch die letzte Person, mit der man reden kann. Wo ist jetzt, was machst du? Hier vorne wird's mir jetzt angezeigt, irgendwas. Aber ich seh hier nichts. Hier vorne steht noch einer rum. Hä, was, nein? Okay. Ich weiß schon nicht, wie lange ich nach dir gesucht hab. Oh Mann! Erwischt! Ja, zurückkehren. War doch gar nicht so schwer. Das sind also die Zeugenaussagen. Sehr gut. Was haben wir? Oh Captain, wir haben hier drei Aussagen, die wir sagen, Hahn hat zuerst geschossen. Und für Greedo sind es drei? Vier. Vier Aussagen. Lügner! Das müssen auch drei sein! Mist. Gleichstand. Genau wie bei der letzten Gruppe. Damit ist es wohl entschieden. Der Fall ist offiziell unlösbar. Vielen Dank für die Hilfe, Bürger. Ich hätte lieber etwas Konkretes gehabt, damit diese Narren endlich Ruhe geben. Aber gewisse Debatten scheinen in dieser Galaxis einfach nie geklärt werden zu können. Die erkennen mich wohl nicht. Jetzt hab ich... Egal. Mission abgeschlossen. Das ist doch schön. Und wir haben Greedo dafür bekommen. Das ist auch schön. So. Dann... Einmal die Karte. Und dann... Brauchen wir die eigentlich gar nicht. Wir laufen einfach mal rum und suchen. Dort vorne zum Beispiel werden mit drei Sachen angezeigt. Ich würde den imperialen Patrouillen aus dem Weg gehen. Sie wissen, dass es hier ein Rebellenversteck gibt. Aber sie finden es nicht und das macht sie sauer. Hm. Gibt es hier vorne vielleicht noch was, was nicht so aus der Entfernung angezeigt wird? Ah ne, ich seh nichts. Aber hier vorne. Die Kiste hat damit nichts zu tun. Ein Kabel, das unterirdisch langläuft. Okay. Und dann hier vorne. Achso, hier ist es noch. Jetzt muss ich das treffen. Schaffe ich doch. So. Ich hätte einfach nur einen nach links drücken müssen glaube ich, oder? Geht das überhaupt? Ja, geht. Habe ich wahrscheinlich auch im letzten Part gemacht. Habe ich aber schon wieder vergessen. Hier geht auch rein. Ja, ein Schuss. Und hier drin. Ähm. Ähm. Was genau wollen die von mir? Ach, das war doch der falsche. F Bible. Ach. So, vielleicht. Hmm. Hm. Gibt wahrscheinlich, es gibt wahrscheinlich irgendwo hier eine Lösung dafür. Nur die Kübra weiß ich momentan nicht. Gut, dann gehen wir dort woanders nochmal hin. Und dann gehen wir hier hin. Ah, hier sind wir wieder. Ist der? Versteht ihr mich überhaupt? Milch, Kohl, Buch, Graf. Versteht ihr irgendwas davon? Ach, verzieht euch einfach. Ah, nein. Oh, nein. Oh, das ist auf. Und jetzt bin ich auch noch tot. Nee, 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 nee. Bleib ich da stehen. Und warte. Und weiter. Ach, nein, 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 bleib oben, bleib oben, bleib oben. Ah, bleib oben. Stehen. Hallo. Dürfte ich den haben? Schein, bitte. Was wollte ich machen? Das ist eine goldene Badewanne. Ja, sie sollen das zerstören. Oh, schön. Nehme ich das mal? Oh, die sind schon runtergesprungen. Kein Trinkgeld. Warum passiert mir das jedes Mal, wenn ich ein Bad nehme? Keine Ahnung. Also wieder, dann wechseln wir wieder zu ihm. Und dann... Dort oben sehe ich doch was. Falls ich dort hochkomme. So. Hier vorne. Und dort unten. Ach, wieder Sachen zu stören. Zwei von acht. Warum haben die wohl... Zahl acht gewählt? Hierfür. Ah, hier. Und... Da drin. Sieben von acht. Einer fehlt. Der alte Streif mit dem Panzer vor der Haustür. Ein Klassiker. Auf einem Dächer. Hier oben. Auf keinem Dach. Ist hier unten. So. Das stört. EG-6. Das wird ein Klacks. Ja, das habe ich eben auch schon verstanden. Könnten Sie den Banter da irgendwie aus dem Weg bekommen? Ich kann so nicht in mein Haus rein und die Sturmtruppen stehen nur dumm herum und lachen mich aus. Ich überlege es mir. Ja, gut. Nee, ja, doch. Der alte Streich mit dem Banter vor der Haustür. Ein Klassiker. Ach, dann helfen wir dem ihr mal. Ja, hier. So. Okay, bis dann. Dann gehen wir rein und holen uns die Belohnung. Ja. Banter-Blödsinn. Danke für Ihre Hilfe da draußen. Diese imperialen Gauner werden es sich gut überlegen, bevor sie noch einmal einen Banter vor meiner Tür packen. Wenn ihr hier was Glänzendes und Schwebendes findet, könnt ihr es gerne als Dankeschön behalten. Ich hätte es auch so behalten. Gut, aber hier beende ich dann jetzt erstmal den Part und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bing. Boah.